Hallihallo meine Lieben, ja ich möchte heute erst einmal Schleim machen. Vorher möchte ich einmal mich entschuldigen, dass es so lange kein Video mehr gegeben hat. Hätte ganz viel um die Ohren und ich fahre auch am Sonntag an die Ostsee. Da werde ich wahrscheinlich auch mal ein, zwei Videos drehen, wie ich am Meer bin oder so. Das gucken wir mal, wenn es schön ist. Ich möchte euch heute ein Schleim DIY zeigen und gucken, ob es klappt. Ich habe bei YouTube gesehen, dass der Heck gerade super herum geht und wollte, dachte mir, für euch mache ich das einmal nach. Das Einzige, was ihr da braucht, ist Kleber. Am besten nehmt ihr Kleber ohne Lösungsmittel auf Wasserbasis. Den habe ich jetzt genommen. Ich habe gleich zwei Packungen genommen. Die habe ich bei Wohlwort gekauft, so 1,99 Euro. Dann braucht ihr Natron. Ich habe hier Kaiser Natron, also Natron halt. Kaiser Natron. Wer kennt das? Das gibt es bei DM. Ich verlinke euch auch noch mal die ganzen Zutaten in der Infobox. Dann benötigt ihr Kontaktlinsenlösung. Die gibt es auch bei DM. Das braucht ihr nicht unbedingt, aber wenn ihr Fluffy Slime haben wollt, Rasierschaum. Und das ist euch überlassen, ob ihr Farbe nehmt und wenn ja, welche. Ich habe dort eine blaue Metallic Farbe genommen. Also, dann benötigt ihr eine Schüssel und etwas zum Umruhen. So, fangen wir mal an. Also, jetzt nehmt ihr zuerst, ich glaube immer, was ich machen kann, gerade. Zuerst nehmt ihr etwas Kleber. Tut das in diese Schüssel, in eure Schüssel. So, ich habe jetzt, so, ich hoffe ihr erkennt das. So, nun nehmt ihr euch etwas Natron. So. So, jetzt riecht ich das um. Dann nehmt ihr etwas von der Acrylfarbe. Oh, es geht dran. Oh, ich glaube, das reicht. Riecht nochmal um. Oh, das glänzt so schön. Erkennt ihr das? Ich hoffe, ihr erkennt das. Nun gebt ihr Rasierschaum mal. Oha, der wird größer. So. Und das rührt ihr dann auch erstmal um. So, wenn, ähm, wenn die Farbe zu blass ist, macht dann einfach nochmal was da rein. Warte noch nicht. Ich muss da ja noch ein bisschen Rasierschaum. So, und nun nehmt ihr euch Kontaktlinsenlösung. Ich hoffe jetzt, das geht los. Oh. Wir haben Schleim, Leute. Oh mein Gott. Zieht euch bitte diesen geilen Fluffy Slime rein. Zieht euch das rein. Also, ich zeig euch das einmal. Ich hätte niemals gedacht, das macht das, das was wir uns. So seht ihr das.